Mehr Sommer mit Radio Pilatus Hallo, ich bin Carla Keller von der Radio-Pilatus-Morgenschau. Letztes Jahr hatte die Eisbucket-Challenge. Das hat vom Wetter her nicht so Sinn gemacht zum Abkühlen. Aber diese Tage schon. Und darum habe ich ein paar Wagemutige auf unserem Radio-Pilatus-Team gefunden. Mit mir, bei der Eisbucket-Challenge, Marco Zivung, Mit-Moderator und Gina DeRosa von der Radio-Pilatus-Musik-Redaktion. Marco, bist du bereit? Ja du, ich habe eine Kühlbox mit minus 110 Grad überstanden, dann sollte das eigentlich auch gehen. Ready! Oh Gott, ist das kalt! Oh Gott, es ist... Nicht so aus! Alles tropft! Überall noch Eis! Und die Nächste, Gina DeRosa! Definitiv eine Abkühlung, ja. Alle nicht zu empfehlen, die am Schwitzen sind. So Carla, jetzt habe ich von dir noch etwas gesehen. Okay, go! Bist du ready? Oh mein Gott! Gut, ja, es ist kalt. Also liebes Pilatusland, ich nominiere die ganze Zentralschweiz. Schönen Sommer!